Ich meine nicht vorst... Junge, mach doch mal die Arme auseinander. Ich hätte gerne den Schlüssel. Hallo, ich begrüße euch zu meinem zehnten Let's Play von Wasti Lake Paradise. Jetzt sind... kommen wir zum Haken. Ich meine, es gibt zehn Planen. Ich bin mal gespannt. Ich meine, es müssten zehn sein. Ich bin gespannt, was mich in dem Spiel jetzt erwartet. Wird bestimmt wieder lustig. Oh, ist das meine Schwester? Sieht so aus. Was ist denn das? Ach nee, ich starte und habe sofort ein Rätsel, wo ich nicht wieder weiß. Was sind das für Blöcke? Muss ich jetzt das Eis zum Schmelzen bringen, oder was? Ich muss mir da kurz beim Schlittschuhfahren zugucken. Ah, dort wo der Stein... Dann müsste ich das ja eigentlich... Ah, warte, 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 schnell... Nee. Ist sicher die Steine in den Wegglächer? Ups, jetzt ist sogar vorbeigeschlittert. Wohin müssen die Steine? Warte, Mom. Die müssen doch bestimmt so, dass der Blöcke... Die müssen doch irgendwo in die Nähe von der Blöcke... Oder? Was meint ihr? Ja, super. Sie kommt ja wieder. Kann sich nur um Stunde handeln. Ach Gott, was ist das jetzt wieder? Das Spiel ist echt voller Rätsel. Ich liebe ja eigentlich Rätsel. Nur wenn sie so unlogisch sind. Da ist ein bisschen... Jetzt ist wieder dieser Tag vorbei. Hä? Ich check's nicht. Ne, die müssen irgendwie die Blöcke zum Schmelze bringen. Das reicht nicht. Nein, nein, nein. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Okay. Der erste Block ist weg. 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 Vorstuhle, weil das dauert ja ewig, bis ich die Blöcke hier breche. Ja, okay, das haben wir sicher. Oder was meint ihr? Bitte, sonst sitze ich doch mal, ich brühe noch. Jawohl, das heißt, es ist gebrochen, na wunderbar. Okay, und was passiert jetzt? Krieg ich da was für? Hä? Ja, Alter, was ist denn das? Ach, super. Jetzt kann man Menschen auch eingefrieren. Bravo! Tja! Ein Krug. Kann ich mit dem was machen? Nee. Okay, dann gehen wir runter. Ah, die braucht bestimmt, der wird bestimmt frieren, wenn ich ihn irgendwie rausklopfe oder wie auch immer. Noch ein Krug. Kann ich aber gar nicht nix machen. Okay. noch nicht wahrscheinlich. Was ist mit dir? Hä? Hä? Ich werde die später bestimmt brauchen. Ach, der ist schon wieder. Ah, damit kann ich bestimmt das Eis aufklopfen. Ah, zwei Stück gleich. Dankeschön. Gibt's noch was für mich? Vorne einer Kuchen. Ja, da liegt einfach nur ein Kuchen rum aufstehen. Bitte, verrückt. Mein Bruder? Gibt's noch was? Ein Eiswiller. Ach, super. Ja, den ich jetzt auch nehme. Der stellt immer so Abforderungen. Warte mal. Hä? Ich hecke doch. Kann ich das hochziehen? Wie geht die? Jetzt ist das Eis weg. Warte noch mal. Ja, sehr witzig. Wie kriege ich jetzt das Kuhhorn da rein? Mal kurz zugucken. Der macht dann die Kugel. Ja, Frau Brunner. Ne, das ist ein Schal. Mit dem kann ich ja nix machen. Schmilzt dir das Eis. Okay. Jetzt habe ich eine Eiskugel. Aber wie kriege ich die jetzt so drauf? Da will ich mich doch verarschen. Boah, das Spiel macht mich echt bellig. Das ist schon nicht normal. Ja, super. Du lichtst dir die Eiskugel. Das hole ich hier. Ich weiß nicht, wie ich das da reinbringe. Vielleicht brauche ich noch ein Gegenstand dazu. Keine Ahnung. Ich habe kein blassen Schema. Jetzt gucken wir mal. Bestimmt. Geht es da noch irgendwo weiter? Ein Schneemann. Brauchst du eine Nase? Ne. Anpauschen Schal. Ah. Ah, gut. Teil 1 hätte mal. Was ist denn das? Was ist das schon wieder? Ah, komm. Klingt simpel. Boah, das ist so easy. Ah. Schräg geht wahrscheinlich nicht. Okay. Schräg geht wahrscheinlich nicht. Gut, das habe ich jetzt mal recht schnell geschnallt. Hm. Oh, ich glaube jetzt hätte ich einen Fehler gemacht. Ja. Hm. Ich komme zum Thema schnell geschnallt. Auch nicht. Denn so hier. Ja, komm. Den nach links. Den nach oben. Und dann den ganz. Ja, so müsste es funktionieren. Na prächtig. Oh. Der muss ganz durch. Warte. Den da hin. Den nach oben. Den nach oben. Den. Den da hin. Ja. Ja. Nicht da hin. So müsste es funktionieren. Oh. Oh. Der muss ganz durch. Das ist klar. Warte. Dann muss ich den da hin machen. Oh. Der war falsch. Nee. Nee. Ich bin nicht hin. nicht. Nee. Ja. So müsste es klappen. Ja. Junge, Junge. Geschafft. Oh. Was kriege ich denn da? Ah. Diamantens. Mal an. Schön. Diamant. Cool. Gibt es hier noch was? Geh mal die Treppe hoch. Ah. Da brauche ich drei. Warte. Warte. Oh. Ja. Jetzt bringt da noch einer. Okay. Erdbeeren. Immer rot. Was ist denn das? Riecht ich doch Eis? Oh. Na gut. Ja schön. Was ist das jetzt wieder für seltsames Rätsel? Aha. Und dann bekomme ich die. Ah. Drei Diamante. Der braucht noch einen Hut. Und. Zwei Auchen. Die Nase. Der Schal hat auch schon. Dann braucht er noch Stücke. Und dann bekomme. Okay. Geh weg jetzt. Was ist denn das? Ah. Mal die Schneekugel da draufsetzen. Hä? Oh. Ich hab einen Holzkeil. Miss noch was? Kann ich das irgendwie auffangen? Ne. Okay. so du brauche ich noch ein diamant was mache ich jetzt mit dem holzkeil ich glaube mit dem holzkeil befreie ich nur den frierende knabe soll ich dir ein paar abbeere geben warte warte und jetzt brauche ich noch ein paar holzkeil oder was ach komm schon das ist doch ein scherz so noch was ich brauche auch noch äste aber kann ich die abbreche aber mit erdbeeren bestimmt nicht da war ich nicht mit habe ich und okay jetzt habe ich verstanden zahl ja noch ein hammer und gibt es doch noch irgendwas ich brauche den hammer für den anders könnte ich was ich erkläre ich ihn wieder aufnehmen ja perfekt jetzt vertreiben wir den typ erst mal und noch das rätsel ist jetzt mal relativ simpel das kriege ich auch hier ohne viel zu denken ja das sieht man etwas vereist aus der knabe der rote und schlüssel hallo denn hätte ich gerne kann ich dich nicht befreien kann ich den holzkeil ich ohne kloppen wie kriege ich den kalt auch raus wie der armbäcker weiß man nicht wurscht junger mach doch mal die armen auseinander ich hätte gerne den schlüssel naja okay wie es weiter geht werden wir in der nächsten folge sehen irgendwie kriege ich immer die rätsel schon gewuppt ich danke euch für eure zeit fürs zusehen und bis bald tschüss tschüss tschüss